Oh shit Leute, aah, wir sind wieder da, wir sind wieder auf Omme, Alter, ich war so lange nicht mehr hier, ich weiß gar nicht, was ich mach. Boah, okay, ich würd sagen, wir gehen einfach rein, Leute. Hallo, coole Cam. Danke. Scheiße. Scheiße. Ja, das ist halt ziemlich anstrengend so, deswegen. Was denn? Das zu denken, was wir halt denken, so. Das nicht zu denken, das ist halt eben das ist, was wir eben davor halt gedacht haben, weißt du? Boah, ich weiß ganz genau, was du meinst, das ist ziemlich anstrengend. Aber du hast recht, das ist wirklich anstrengend. Darüber nachdenken, was man denkt, was man vergessen hat zu denken, wenn man darüber nachdenkt, was man vergessen hat zu denken. Genau, ja, aber ich bin sogar mitgekommen und du eben nicht. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Hi. Hi. Wie geht's? Ja, schritt doch nicht so. Ja. Genau, wir übertreiben. Hast du recht. Flüsternbesser. Flüsternbesser. Was? Ob Flüsternbesser ist! Boah, Junge, hört doch! Ähm, Alter, ich hab's gar nicht vermisst. Ich vermisse die Flüstern. Genau, die müssen wir eigentlich lernen. Okay, alright. Einen Moment, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, gar kein Problem. Wenn ich noch was hören würde, wäre cool, aber ich mach einfach mit. Was geht? Nichts bei dir. Äh, ja. Hört sich komisch an, aber ich hab grad mit einem kleinen Kind getanzt. FBI, open up! Auf einer Mimo-Sieg, das war anstrengend. Äh. Okay. Oh. Juicy, das ist aus. Ja, der war... Das gefällt dir das? Ich mach dein Ziegenbart. Mein Ziegenbart, Digga. Geil. Äh. Oh ja, das ist eine gute Idee, Alter. Wir lassen ja einfach mal Leute meinen Bart bewerten. Ey, Bro, von der Skala 1 bis 10, wie findest du meinen Bart? Süß. Süß, gell? Okay, ganz ehrlich, ich mach's jetzt einfach. Ich mach jetzt einfach Eigenwärmung im Video, okay? Zeig euch mal Leute, wie man das macht hier, okay? Weißt du nicht, dieses Normale, so könnt ihr mir folgen, könnt ihr dies, könnt ihr das. Ich zeig euch ganz einfach, wie das geht. Guck, ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Schritt 1. Ihr sucht euch einfaches... Einfacher geht's hier, guck mal. Hallo. Jetzt begrüßt ihr erstmal so. Sagt ihr, hallo. So, wie geht's dir? Hallo. Wie geht's dir denn? Gut. So, Schritt 2. Wirst du so machen. Und zwar fragt ihr einfach ganz stumpf, hast du Lust, mir auf YouTube zu folgen? Ja. Guck mal, ganz einfach geht das an. Schritt 3. Ihr schreibt noch den Namen rein. Okay. So. Schritt 4 muss ich selber machen, aber so einfach geht das. Und Schritt 5, das wird natürlich vergessen. Wenn sie abonniert hat, müsst ihr natürlich auch bedanken, ne? Weil das ist natürlich nett. Perfekt, ey, danke. Sieht ihr? Und dann müsst ihr bedanken und dann... noch einen schönen Abend wünschen. Moin, wie geht's? Gut, dir. Au. Oh mein Gott. Das sind... Das inkorieren wir, das inkorieren wir. Digga. Oh Gott. Das war... Alter, das war... Wo kam der her, Alter? Ich weiß, der kam aus dem tiefsten Inneren. Willkommen bei der Show. Willkommen bei der Show. Ich stelle drei Fragen. Wenn sie richtig beantwortet werden, kriegt ihr 10 Euro Guthaben nach eurer Wahl. Seid ihr mit einverstanden? Mhm. Ja? Okay. Frage Nummer 1. Wo steht das Burj Khalifa? Wer bin ich? Warte, was ist das? Ja. Sag mir, was das ist. Da kannst du... Das ist das höchste Gebäude der Welt. Ach so. Ich google jetzt. Ah, in Dubai. Oha, krass. Erste Frage richtig. Ja. Okay, Nummer 2. Wie viele Einwohner hat Deutschland? Ah, warte kurz. Ich muss überlegen. Warte, warte. Lass dir eine raten, ohne zu gucken. Komm, das kriegst du hin. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 83,24 Millionen. 24. Wow. Ähm. Wie viele Einwohner hat Deutschland? Nice. Was schätzen du? Ich bin grad nicht schwierig zu denken, aber... 20 Millionen. Knapp. Ist doch. Ist tatsächlich echt knapp. 20 Millionen, doch. Sind 82. Oh, komm. So schlimm war es das. Nee, das war schon mal im Millionenbereich. Das ist doch schon mal was. Oha. Äh, ich muss kurz pissen eigentlich, aber... Was mach ich denn dann, Alter? Ich muss pissen. Was denn? Ich... Ja. Wenn du so skippen willst und schon sowas sagst und dann skippst und ich hab... Ja. Genau, das meint sie. Leute, schreibt mal by the way so in die Kommentare, was ihr eigentlich gerne für ein Finale mit diesem Typen hier sehen würdet. Weil ich blende ihn mal hier rein. So hier in das Feld da. Was ihr eigentlich mit dem Typen mal sehen wollt. Weißt du, so irgendwas, irgendwie, irgendwas, so ein Finale. Ich mein, es steht ja bisher 1-1. Okay, warte, das kriegen wir auch irgendwie hin. Skipp mich halt dann ist noch besser. Dann muss ich meinen Hals nicht verdrehen. Ach, egal. Komm, scheiß drauf, Digga. Das reicht jetzt auch wieder fürs Video, ne? Alter, 45 Minuten auf Oma, Alter. Schon gar kein Bock mehr. An der Stelle würde ich sagen, Leute, nee, vergiss nicht hier. Guck, wir machen... Wir machen... Nee, wir machen... Nee, auf Warte geht gar nicht. Gut, dann machen wir das so, Leute. Nee, hier, folgt nicht. Vergiss nicht zu abonnieren hier, ne? Vergiss nicht zu abonnieren, ne? Vergiss nicht, äh, ein Like dazulassen und ein Kommentar. Yeah. Und dann würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss.